ich habe es auf dem 2 wenn er aber auch nicht schon bei mir ich hatte ja keinen guten Gegner bei mir aber der hat halt zumindest war er ich hab den Tag annehmen und ausgut in den ganzen Haus geschehen fischen fischen muss ich mich eigentlich umbenennen ne du kannst so bleiben also ich hätte mich auch schon in die Miete umgenannt aber ich hab halt noch einen großen Föder machen wir jetzt weiter machen wir das normal ich werde jetzt machen schon wieder 3.000 Tils sind schlimm bin ich mega scheiße und dann mache ich 3.000 Tils ich will jetzt ja auch ne ich habe auch schon mit einem anderen mit dem mit dem haben die hab ich ein battle gemacht den hab ich so verschießen schießen das und also lasst den hat mich noch auch gut mit dem mit dem mit dem mit dem sie sind typisch vor viel effekt mit mit dem mit dem hat aber auch noch und habe zwei ich habe drei kamen mittlerweile ich habe mir eine mit dem das ich habe die 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 sind die 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 keine Russen die 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 doch das heute und wie entspannt jeder Kills macht und nicht nur looten ich nutze hier entspannt und tröte ab und zu Gegner ähm hier ist noch mal tankt aus fuck on me ich bin zu selten bestimmt wurde klar einer schon im Start mein Blum ich bin komplett drauf es trifft kein Schuss Duplo ja ich brauch mal Gegner zu kleppen ja kommst du mal her ach so bei mir ist einer muss man klo-klo-klo-klo klo in der Nähe ja ich muss noch auf bei Gäste so sieht schon das sind du es gibt das hat man ein Kino ein noch mal im Wohnen wir hatten ja kein richtig gemacht mit ihm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, ich würde die Pyramide setzen und hätte dich so widerlich getrappt, hab extra gewartet. Sieh, das Ding. Wie er sich nur hochstackt. Zwar ein neister Hit, oder? Ich kann eh nicht mit meinem Blumentress noch mit AR. Beide hier mit der gleichen Idee, ne? No! Du bist zu spät losgelaufen. So Japs, dann war ich gerne. Du bist hier neben dir. Ich muss jetzt nicht. Auch nur, dass er nicht glaubt. So übertrieben, dass sie dann selbst habe, dann alles. Wahrscheinlich hat, ich hab anfangs und verschissen. Aber trotz. Also wenn wir. Ich hab 200. Und irgendwie bin ich froh, dass ich nicht über Autocard. Sonst wäre ich safe getrapt worden. Nein. Danke. Ich hätte mich nicht treffen können. Nein, du hast auch den Boden geschnappt. Ich dachte, du mindestens den Boden kriegst. Ich muss jetzte ich ganz schön. Ich weiß nicht ob das der ist. Das kann ich nicht verletzen. Ich weiß nicht. Du bist einfach. Prozent aber nun sieht das komplett aus als wäre schon in der Decke als Fünftige und wir von vorne starten wegen Niedelmehrt Spanzen die Hälfte schon weggeändert mehr ich bin die Unterfälle wirklich bleibt oben und alles oben ab das war an der Decke hin alle abwürfen decke hängt ja alles ich glaube du hast nur mehr gegeben als ich Mio wie sie nicht abhersen ich glaube ich habe den 51er geben sie hat 145 hat Baby wie hat er es tut ich habe die Hunderten 155er bewegen ich habe hier 124 124 zwischen meinen Kurs abzeigen wenn ich zu gegnern vor mir seitlich endlich dann immer und er ist dann oben schon alles abgebaut oder ja da oben alles ab und das ist doch gerade zusammen zwei und scheiße stehen geblieben das ist erbaut oder man mitbekommen eigentlich sind wir gleich schnell er war es könnte so ein den elite klang was ob ja und auch in den elite klang ich weiß es nicht er ist ein führer um zu tun an den politischen schmänner wurde gekriegt wenn er immer gewählt hat bei mir hat mein gerät stütten und da wurde der an die rolle es gab zwei anführer nicht aber er muss auch viel mehr schön ein freund von mir ist mindestens gleich gut hat und da müssen wir uns geben in zirka mittelsten laufen wenn so schön Ah, ich sogar noch kurz. und genau dafür mit der eigentlichen Mönchengen was heißt ich hätte oben alles abbauen ja praktisch wir hängen schon muss nur eine Trette und ein eingebauten ab und aber meine Hand tut jetzt schon richtig weh nach dem Baum vielleicht können die auch mit meiner Switch auch in den Klänen kommen als ich fand nur 18 und unterbefangen er sagt sie sind gefallen also in Böse nicht noch mal hochstecken auch mein zwitscher kommt da habe ich viel besseres ehemals nicht bauen kann als ich fand nur ein sagt ihm da könnte ich in den Plan kommen Herr Kinder hier auch in meinem kleinen aber ich bleibe bei einem wieso Leibniz die kleinen auf der Fäden Ja, die sind mir schon klar, aber ich bleibe an meinem Klang. Auch das Witz hätte ich aber kein Problem, dass ich in dein Klang bin. Ja, es kommt davon, wie gut gehört, dass ich mich bist. Du könntest einfach einen zweiten Klang beitreten, das zu halt einen Zweiklänz. Nee, das scheiße. Ich habe ja schon mal Kästchen bekommen. Ich habe schon mal Kleine zusammengefallen. Und ich habe mir gewählt, dass ich ein Prinzip, den Donuts, die wirtschaften, abgleich 20 gemacht und habe dafür 100 Euro bekommen, hat das mit dem Geist. kleinen geteilt hier hat 10 Euro bekommen er war ja schnell ich bin jetzt gerade nur das ich kann nicht mehr treffen geben man muss nun kommen und ich konnte nicht und ich bin wirklich so lust geholfen 4 die sie haben meinst du eigentlich hat die Ich bin hier oben geblieben. Ah, Gobi! Ich bin hängen geblieben. Ich schreibe oben rum. Bin aber in meiner eigenen Cone hängen geblieben. Ich habe ein 5-3-2-0. Ihr habt mich in dieser Seite vorgenommen. Was ist das das zu tun? Das ist das auch wirklich, das zu tun. Ich bin hier drin. da hat sich runtergeschossen die Wand hat alles gehalten das ging aber auch mit Falle hingesetzt damit ich nicht abholen ja und jetzt bist du bist du und wo es geht einfach hin zu sein und ich will sie was gemacht hat ich bin ganz oben da ist er euch wirklich groß bieten ich war doch an am rand sie kommt zu eine das kann ich nur aber auch was ich hätte nur kreis ganz normale normalen Baumeistern Nein, ich habe verendet! Ich wusste, dass du diesen Ende machst. Ich wusste, es ist so hart. Deswegen habe ich auch die Wände nicht gebaut. An der Decke waren wir noch nicht, oder? Ich glaube, diesmal ist es an der Decke nicht. Also, es fällt alles zusammen. Ich wusste so hart, dass du diesen Edit machst. Ich wusste, es ist so dermaßen. Meinerweil ein Stück schneller noch. Jetzt haben wir Karte raus! Das ist alles gut. Ich wusste, dass die Karte raus ausfüllen. Das ist alles gut. Das war alles gut. wie sie sind sind von der Söhne bei 1.5 niemand ist ich weiß ich weiß nicht nicht gespielt eben noch sie sind es geben sie es geht es muss ich nicht gerade noch rausgekommen extra rausgerannt weil ich nicht treffen konnte mein gott links in den boden und das war meine schluss ab Nein, ihr bittet unter. Oh, scheiße. Wir haben nichts schockt. Die Ehrenlöcher ist eigentlich nicht. Aber wir haben nichts geschockt. Ich zeige mir, dass ich nicht schockt. Ich habe mich nicht schockt. nur als doch du kannst unten abschließen nur als ja eee neyviz o die spielte die welt fast nicht weil so einer hat mein menschen die totengräber weg ist geld mein freund ist dann rausgegangen dann wollte der mit der totengräber nicht mit mir dienen und dann habe ich seine totengräber und noch mal die ständen das ist dann schon gelassen mein freund war bei den anderen account und hat gesagt sie kannst du behalten das war dann weiß ich nicht mehr ich habe auch zu tun der weise von dem her geben es ist selten Nennt ich finde es er er jahre ich grüße dich. Danke, dass es in meinem Stream ist. Musik gehen raus. Oh, fuck. Das war ein neuer Trick, fandest du den? Ja, den Coni, aber den nicht so oft her. No way. Wollen wir uns von vorne starten? Ja, bitte. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Kobi. Hängengeblieben Scheiße. Scheiße, ich bin runtergefallen. Das ist halt immer nahe Erschotten. Du bist irgendwie, du bist irgendwie wie ich. Wir bauen gleich schnell. Wir haben gleiches AIM. Den ersten treffen wir immer. Und das verscheißen wir. Oh ne, ich hab jetzt zum dritten Mal verschissen. Verscheißen. Ich wäre schon so oft wieder auf Heiko und bewegen. Aber ich verscheißen sie Zeitlamm. Ich häng fest, ich kann mich nicht bewegen. Soll die Kellen? Hat mir die Wand. Ja, kann ich ja eh nichts machen. Wenn ich mich nicht bewegen kann. Das ist öfters neben uns. Sind da drei Wände oder so neben mir? Kann ich mich nicht bewegen. Ich hab die Mehrheit einfach gefunden. Auf dem du gesagt hast, du bloß ruhig, ich hab alles verloren. Warum? Füch. Du hast schon Ich bin heute in die Haus. Nö, nö. Nö, nö. Eigentlich nicht. wunderschön was 3 3 4 5 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 6 6 7 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 11 12 12 15 15 15 15 13 15 15 15 16 16